Tante im Knast, ich bin guter Ahnung. Oh mein Gott, Eli! Oh mein Gott! Boah, Lamassi ist mit meinem Tor-Mann passiert! Nein, nein, der war beschleunigt! Der aktiviert auf einen Nitro, damit er zum Gegner rollt. Ah, mein Leben, ehrlich. Torwart! What the fuck, Mann? Hat der auch Mann von EA noch bei sich zu Hause, in dem er die Füße massiert beim Spielen? Wird Tim kommen! Terzigen, was?! Ey, ich hab dich gerade gekauft, Digga! Durch den Fuß, durch den Fuß, Digga, was?! Nein, nein, es... Was ist hier schon wieder passiert? So, jetzt, halt die Fresse, jetzt wird gespielt hier. Fokus. Alter, die stehen da rum! Digga, was ist mit dem kaputt?! Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Uschi. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Unfassbar! Der passt! Achtet ihr auf, Chat! Was? Das ist so krank, dass sie so gut kommen! Nein, was war das?! So, Freunde. Schauen wir es jetzt mal vernünftig in Führung zu gehen. Das wär ja schon mal was. Komm! Herzlich willkommen auf meinem Streaming-Highlight-Kanal! Na, 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 na! Bruder, EA Sports, denkt doch daran, ich hab ne Partnerschaft mit euch! Ich hab's nicht! Na, 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 no! Ach, ich krieg's nicht hin. Ich solls in der Wikileague auch nicht machen. Staubsauger! Hilfe! Hier kriegst du einen Herzinfarkt. Und deswegen verliere ich ein Spiel. Ich tritt das Ding ja schon um, Alter. Jetzt ist es aber gut hier. Oh, der hat mich umgedreht, Alter. Hä? Hä? Er gibt Gelb, aber unten steht rote Karte. Nein! Nein! Wow! Geil! Nein, was mache ich? Was mache ich? Nein, was passiert hier? Ja! Geil! Erstmal ist Tim ja auch kein E-Sportler mehr, auch nur noch Content Creator. Und zweitens... Die kurze Variante... Martial! Oh mein Gott! Was macht Cordoba? Oh mein Gott! Es ist ein scheiß Innenverteidiger! Was machst du da? Zygoretzka einbauen? Weiß ich nicht. Digga, immer Latze! Muss man ein bisschen zu platzieren. Ja. Oh mein... Oh mein Gott! Hey Mann, dass die dann immer quitten nach solchen Toren, dass man die nicht in einer Wiederholung angucken kann. Höh? Ich hab da gar nicht... Was hat denn der gemacht? Ich hab gar nicht mehr hingeguckt. Rote Karte? Was hat denn der gemacht? Was hat denn der Luis Diaz... Warte. Häh? Oh. So lächerlich, dieses Game, Digga. Es ist so ein Scherz. Nice. Ganz unten geht der. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Kraft. Hinter dem Trickschuss. Ja, aber der kommt dann sehr ungenau. Mbappé. Oh mein Gott. Und er trifft den mal richtig. Er trifft den mal richtig. Die sind so unmöglich, was zu machen in diesem Kiefer. Keine rote. Glück gehabt. Das hätte das Spiel schon ein bisschen verändern können gerade. Och nein. Hä? Ich schwöre, diese Freistoß-Bugs, die werden immer kurioser. Wirklich. Und wir spielen jetzt nochmal bei euch. Aber wir haben ja noch ein paar Masken in der Welt. Die Vali spielt nochmal. Sag mal, was ich Wali spielt, nochmal, wenn man die будет angeht. und du bist der zweite blau und der rote du bist zweimal bis zweimal blau nein die gegner spielen zu zweit und einer von denen spielt bei uns mit den back hatte ich schon mal gehabt der spielt bei uns mit ja wir müssen aufpassen da könnte uns ja nicht doch ein tor war echt jetzt direkt mit spieler liste ansteigen jetzt ein eigentor macht geld verkaufe ich mein leben hier was ist das für eine ekelhafte community hier hinten hinter hinter dir bei loren es war er krätsch den typen einfach um man kann nicht so was elendiges er konnte unseren tor bewegen er hat unseren torwart bewegt euch dank einfach rein und gemasken sein ja können wir es ein bisschen vergessen und fehler eine anwendung nie ne 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 ist der ball gerade noch durch so nach oben ans tor gegangen der ball geht ins tor aber es zählt nicht kurs geht raus justin kurs ever easy peasy rutsch heiß muss fix zu holgi ach du scheiße was willst du das war nicht schlechteste elfmeter das war mit absicht nein das war nicht also wahrscheinlich war es für ein absicht ich kann man den so verhauen es geht weiter so wir sehen hier einen magischen ball des grauens da sehen wir es seht ihr das hier und das war das 2 zu 2 ok ich habe ihr geführt verdient dann kommt das und dann auf einmal hier und dann irgendwie oh ja durch die hand auch ja noch mal durch den fuß ja absolut geil ja ja und dann der rest ist history oh mein gott er hält die mit dem kopf so ist der mann ich dachte mir was passiert jetzt hat der mädchen auf die schulter und dann kommt im rauen ton das ist meine schwester und das war seine bedingung war ich tausche die gegen trikot und dann hat er mir in der früh geschrieben wie es aussieht ja und wie lief es dann ja nix also ich hab da jetzt noch nicht zu sagen ich hab mir nur gesagt ein unverbindliches angebot ein klassischer trikotausch wer im trikotausch an der bundesliga spricht ja auch nichts dagegen tausch angebot wie damals in fifa 14 ja genauso warte mal ganz kurz oh man warum lache ich hab das ist so fies wie er den ball ankommt wie wen hat ballern verloren augsburg der jahre labert er nicht ah was ist mit dem los ja ist dieser dinger der hasenlose mann immer noch drehen was soll ich machen bitte ey was passiert bei mir chat wo bin ich gelandet ich hab nicht mal was gedrückt bitte bitte erklärt mir einer in welchem teufelswerk ich drin bin wo bin ich gelandet chat es ist seit gestern abend ich krieg vier disconnects die ganze zeit sowas das ist doch kein internetproblem ich schwöre gestern den ganz ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr komm du ey man das game ist so bad manchmal happy end ja hat aber lange ge... pass auf krieg dir den win nicht krieg dir noch im nachhinein disconnect EA wollte einfach nicht dass ich das eh ich gewinne warte abguck pass auf krieg jetzt im nachhinein noch disconnect EA wollte nicht dass ich das game gewinne ich sag dir oh mein gott oh mein gott was schaut aus nein es ist es ist es ist so unfair alter aus mir keine scheiß sprachnachricht schicken du wichser mann du hörst dir auf dem handy ab digga das ist das beste was ich je gesehen habe digga was war ja so wütend man ich habe sogar noch eigentor gemacht damit das game enger ist oh mein gott der arme digga wie stand der denn oh mein gott ich habe ihm 16 zu 4 versaut sooo we are chilliges team ne shooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo haha haha ... soooo Bis zum nächsten Mal.